Auch echte Formeln wirken manchmal so chaotisch, dass man staunt, wenn am Ende tatsächlich alles stimmt. Was aber, wenn selbst Mathe-Genies bei hochkomplizierten Aufgaben an der Uni plötzlich öffentlich Fehler unterlaufen? Und was, wenn es ausgerechnet einer Frau passiert? Das ist in diesem Fall sogar das Ende ihrer Karriere, die noch gar nicht so richtig begonnen hatte. Darum geht es im Film die Gleichung ihres Lebens. Und was man mit Mathe jenseits der Hochschule noch so alles anfangen kann. Benedikt Schepa. Ich definiere ein Hypergraphen durch R geteilt, gegeben X1, X2. Die Welt der Margarit, sie besteht allein aus Zahlen. An ihrer männlich dominierten Elite-Universität aber ist die Mathematikerin immer noch ein Fremdkörper. Und als sie endlich ihre Doktorarbeit präsentieren darf, geht die Gleichung ihres Lebens plötzlich nicht mehr auf. Und wie machst du das? Ich wende es auf Werner's Hypergraphen an. Dann brauchst du ein multidimensionales Lämmer. Du kannst nicht gleichzeitig K, N und Delta eliminieren. Das stimmt tatsächlich. Das macht ihre Argumentation ungültig. Ihr Fehler in den Formeln. Unverzeihlich. Gerade für sie als junge Frau. Es ist schwierig, wenn man ganz allein ist in einem naturwissenschaftlichen Arbeitsumfeld, in dem es fast nur Männer gibt. Margarit fühlt sich daher als Außenseiterin. Wie eine Anomalie. Der Wissenschaftsbetrieb lässt Margarit zunächst fallen. Sie muss ihr Leben neu kalkulieren, studiert fortan die Realität der Niedriglöhne. Vom Nebenjob geht's in die Pariser Nachtclubs und wieder zurück. Als das Geld für die Miete ausgeht, setzt die Hochbegabte ihr mathematisches Talent im Glücksspiel ein. Margarit lernt, was die Uni nicht lehrt. Jeder kann sich mal verrechnen. Den Zauber der Zahlen und Ziffern entdeckt sie neu und unverkrampft. Ich wollte mit dem Film zeigen, wie sehr und wie lange solche Menschen viel Geduld, Leidenschaft und Hingabe brauchen, bis sie verstehen, dass ihre Arbeit trotz Hindernissen wirklich sinnstiftend für ihr Leben sein kann. Und wollen wir morgen dann doch wieder zusammenarbeiten? Es ist noch früh. Wie wär's mit jetzt? Ja. Ein bewegender Film über eine junge Frau zwischen Zahlentheorie und Lebenspraxis.